...pagamini war ein Frauenheld. Gern habe ich die Frauen geküsst. Und dieses Lied singt nun ein Tenor, der nur in einem Atemzug mit einem anderen Tenor genannt werden darf. Und das ist Richard Tauber. Rudolf Schopp. Rudolf Schopp. Rudolf Schopp. Rudolf Schopp. Rudolf Schopp. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020